Happy International Women's Day! Happy International Women's Day! Happy International Women's Day! Happy International Women's Day! Also, richtig cool finde ich einfach in Petrolets, dass es eine unglaubliche Gemeinschaft ist. Bevor Petrolets, I didn't know, I didn't have many girlfriends riding bikes. Die Freundschaft entstehen können und auch wirklich jetzt seit zwei Jahren so enge Freunde sind, hat mir einfach gezeigt, dass dieses Konzept wunderbar aufgeht. Das ist unig. Once in a lifetime, dann hast du so einen Moment, dann hast du eine Vision und das ist von der Realität. Es ist wirklich großartig, andere Frauen mit der gleichen Passion und der gleichen Interesse zu treffen. Die Gemeinschaft gibt mir ganz viel Empowerment. Petrolets ist basiert auf der Mission zu verbinden. Ich liebe die Spirit, ich liebe die Sisterhood. Es war sehr spannend. Hier, wir machen das ganze Festival. Meine Aufgabe im Zirkel ist natürlich alles rund um das Thema Party, Entertainment. Ich helfe mit dem Marketing, mit der Strategie. Ich versuche, finanzielle Unterstützung für das Festival. Okay, meine Hauptstelle ist basically, alle zusammen und alle, die auf dem Board arbeiten und mit Petrolets glücklich sind. Ich bin der Administrator für die Community App. Ich arbeite auf der Backend der App. Also, bitte, gehen Sie zur App und klicken Sie auf. Meine Arbeit ist für nichts. Ein Rollstuhl von Zeitung. Ja, nur mitmachen reicht mir dann einfach nicht mehr aus, weil ich finde, das sollte man vorantreiben und noch mehr Frauen sollten davon hören und die Möglichkeit haben, sich anschließen zu können. Ich freue mich mit den Mädels auch mal zu tanzen oder in den See zu springen. Just a lot of fun together and getting to know all these great women to get back on the road and to see us again on the ground at the festival, have fun and, yeah, rewrite history. I think it would be great to have women all over the world to be enforced and motivated. Petrolets is empowerment and I really like that we all empower each other. Women empower women. Natürlich so viele Leute irgendwie anzustecken und mitreißen zu können. I hope that the sisterhood that we started, the global big network, that it grows more and that we find each other more on the events that we have, on the digital platform we created. My hope is that more women in this world that, you know, ride motorcycles, are powerful, are doers, are makers, come together and, yeah, connect, join, and network with each other.